Ich finde, wer wollen sie ja nicht haben? Ähm... Was hab ich denn hier schon alles dran? Achso, hatte ich ja schon mal irgendwas dran gehabt. Oh, gut. Ne, Ambos muss ich glaube ich nicht... Ne, Ambos muss ich nicht... Ich meine, da liegt so viele... ...Kisten. Hm, hat sie von natürlich glaube ich nichts drauf. So, das bring ich rein. Bis hier hat sie schon... ... 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 Ähm, dafür habe ich ja leider nichts mehr hier. Nein. Das Tolle muss ich ja wohl nicht ausstellen. So, jetzt packe ich dann noch die Armrest dazu, da ist ja höchstens noch ein Visier, was ich drauf packen muss. Fertig. Voila, Aufstellung fertig. Jetzt hole ich wieder, ich hole wieder noch die EMG und flinte dann und hole später. Ich packe noch ein bisschen was weg und dann werde ich die Lichtplätze haben, um die gleich zu holen. So. Und der Ende ist auch schon wieder fertig. So, dann brauche ich nicht mehr, tschüss. Was ist das jetzt, nein, nein, oh nein, ich verreck gleich, oh scheiße. Ja, Mist. Ja, Home. Gott sei Dank bin ich ja... Alter, daran habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. So ein Dreck. Das ist alles... Ja. Mhm. Ja, jetzt muss ich wieder alles einpacken. Ach, Mann, 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 Mann. So. So. Ist das jetzt alles hier? Nö, nicht alles. Eine echt... Ja. Peinliche... Sache. Beim Einten, beim Abräumen der Kisten... Verrecken. Was ist das? Hast du ein Problem oder was? euer Weg zerrecken. Also, kenschweiß, das ist das, ja. Ich habe ihm voll, aber... Immer ein Problem, dass ich dich verraten soll, Jus, ich sache mich, wenn du das entspricht. Ja, die Magde, die Magde, die Magde, die Magde, die Magde, die Kiste, die Magde, die Magde, die Magde, die Gehe, die Magde, die Magde, die Magde, die Magde, die Quadraten sind nicht mehr. Es. Ich sage und denen. Die Mg passt ja nicht rein, also passt doch schwer in die Hose. Hier wollen wir nicht. Jetzt aber. Oh, ich habe sogar jemanden getroffen. Ich habe sogar jemanden getroffen. Ich habe sogar jemanden getroffen.